Energiestoffwechsel Teil 12 Wie funktioniert der Stoffwechsel der Ketonkörper? Überall hört man derzeit von der sogenannten ketogenen Ernährung. Vielleicht bist auch du darüber schon einmal gestolpert. Unter ketogener Ernährung versteht man die drastisch reduzierte Aufnahme von Kohlenhydraten bei gleichzeitig hoher Zufuhr von Nahrungsfetten. Diese Form der Ernährung soll den Fastenstoffwechsel des Körpers aktivieren. In längeren Fastenperioden werden in der Leber Fettsäuren abgebaut und als Ketonkörper den verschiedenen Geweben zur Verfügung gestellt. Denn bis auf die Erythrozyten können extrahepatische Zellen auch Ketonkörper als alternative Energiequellen verwenden. Die Ketonkörper sind wasserlösliche, leicht durch die Zellmembran transportierbare, energiereiche Moleküle. Zu ihnen gehören Acetacetat, Beta-Hydroxybutyrat und Aceton. Beta-Hydroxybutyrat ist chemisch gesehen eigentlich gar kein Keton, sondern ein Alkohol. Es lässt sich allerdings leicht zu Acetacetat oxidieren und wird daher trotzdem zu den Ketonkörpern gezählt. Ketonkörper werden nur unter bestimmten Voraussetzungen gebildet. Zunächst bedarf es dazu eines Glucosemangels. Dabei ist unerheblich, ob es sich um einen echten Glucosemangel handelt, der beispielsweise durch Fasten entsteht, oder ob der Glucosemangel nur scheinbar vorliegt, etwa weil infolge eines Diabetes mellitus die Aufnahme der Glucose in die Zellen gestört ist. In beiden Fällen kommt es zu einem intrazellulären Glucosemangel. Um extrahepatische Gewebe zu versorgen, die keine Fettsäuren abbauen können, schaltet die Leber auf die Gluconeogenese und den Abbau von Fettsäuren um. Hierzu werden bei der Beta-Oxidation die Fettsäuren in der Leber zu Acetyl-CoA gespalten. Normalerweise wird dieses dann im Citratzyklus weiter verstoffwechselt. Die Umwandlung von Acetyl-CoA zu Ketonkörpern in der sogenannten Ketogenese setzt erst ein, wenn neben dem Glucosemangel auch ein relativer Mangel an Oxalacetat vorliegt und damit der Citratzyklus zum Erliegen kommt. Verantwortlich für den relativen Mangel an Oxalacetat sind zwei Faktoren. Auf der einen Seite hemmt der Glucosemangel die Glykolyse, weshalb kaum Pyruvat für die Bildung von Oxalacetat zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite hat der Fettsäureabbau ein Überschuss an Acetyl-CoA zur Folge. Die Menge an Acetyl-CoA übertrifft damit bei Weitem die des für den Citratzyklus bereitgestellten Oxalacetats. Zwar wird Oxalacetat auch im Rahmen einer gesteigerten Gluconeogenese gebildet, allerdings wird es dann primär zu Glucoseverstoff wechselt. Relativer Oxalacetatmangel bedeutet also eine für den aktuellen Bedarf nicht ausreichende Menge. Lass uns die Vorgänge der Ketogenese nun genauer anschauen. Bei der Ketogenese entsteht aus zwei Molekülen Acetyl-CoA, zunächst Acetacetyl-CoA. Die Reaktion wird von dem Enzym Ketotiolase katalysiert. Anschließend wird ein drittes Molekül Acetyl-CoA dazu genutzt, Acetacetyl-CoA zu HMG-CoA umzuwandeln. Das verantwortliche Enzym ist die Beta-HMG-CoA-Synthase. Aus HMG-CoA wird dann der Ketonkörper Acetacetat synthetisiert. Dazu spaltet die Beta-HMG-CoA-Lyase wieder Acetyl-CoA aus dem Molekül ab. Für die Produktion eines Moleküls Acetacetat werden netto also nur zwei Moleküle Acetyl-CoA benötigt. Beta-Hydroxybutyrat bildet sich dann durch Reduktion von Acetacetat. Diese reversible Reaktion wird von der Beta-Hydroxybutyrat-Dehydrogenase katalysiert. Die Leber selbst nutzt die Ketonkörper nicht zur Energiegewinnung, sondern gibt sie ins Blut ab. So erreichen sie die Zielgewebe, insbesondere die Zellen des Gehirns, des Herzmuskels, der Skelettmuskeln und der Nierenrinde. Benötigt eine Zelle Energie, nimmt sie die Ketonkörper aus dem Blut auf und verwandelt sie in der sogenannten Ketolyse zurück in zwei Moleküle Acetyl-CoA. Diese stehen dann wieder für den Citratzyklus zur Verfügung, da in den Zielgeweben kein relativer Oxalacetatmangel vorliegt. Acetyl-CoA trägt so zur Produktion von ATP bei. Das für den ersten Schritt der Ketolyse verantwortliche Enzym, die succinyl-CoA-Acetacetat-CoA-Transferase, kommt nur in extrahepatischen Geweben vor. Dies gewährleistet, dass die Ketonkörper nicht schon in der Leber zu Acetyl-CoA zurückgebildet werden. Es aktiviert Acetacetat zu Acetacetyl-CoA. Die für den nächsten Schritt zuständige Ketothiolase kennen wir hingegen bereits aus der in der Leber ablaufenden Ketogenese und der Beta-Oxidation. Sie katalysiert im Rahmen der Ketolyse die Bildung von Acetyl-CoA. Wir sehen also, dass für den Energiestoffwechsel nur Acetacetat und Beta-Hydroxybutyrat wichtig sind. Für den dritten Ketonkörper, das Aceton, gibt es im Stoffwechsel keine Verwendung. Aceton entsteht ebenfalls aus Acetacetat durch spontane, das heißt nicht enzymatisch katalysierte Abspaltung von CO2. Aceton wird daher als Stoffwechselendprodukt vom Körper über die Atemluft eliminiert. Fallen größere Mengen Aceton an, ist dies sogar durch seinen typischen Geruch wahrnehmbar. Klinisch spielt der Ketonkörperstoffwechsel zum Beispiel beim Diabetes mellitus Typ 1 eine Rolle. Hier kann es auf folgendem Wege zu einer gefährlichen Komplikation kommen. Durch den scheinbaren Glucosemangel steigt die Konzentration der Ketonkörper im Blut so an, dass der Blutserum-pH unter 7,3 absinkt. Dies liegt daran, dass die Moleküle Acetacetat und Beta-Hydroxybutyrat außer einer Ketogruppe auch eine Säuregruppe besitzen, die unter physiologischen Bedingungen ihr Proton abspaltet. Labortechnisch können neben dem Absinken des pH-Werts auch die Ketonkörper selbst in Blut und Harn nachgewiesen werden. Außerdem deutet der typische Acetongeruch und eine Kussmaulatmung auf die sogenannte Ketoazidose hin. Die Ketoazidose kann Erbrechen verursachen. Die Hyperglykämie wiederum kann zu osmotischem Wasserverlust und dadurch zu Elektrolytmangel führen. Im schlimmsten Fall kommt es zum Koma. Wenn du dich genauer über die diabetische Ketoazidose informieren willst, dann findest du hier im Kapitel alles Wichtige zur Entstehung, Diagnose und Therapie. Lass uns am Ende dieser Folge die wichtigsten Aspekte des Ketonkörperstoffwechsels rekapitulieren. Die drei Ketonkörper sind Acetacetat, Beta-Hydroxybutyrat und Aceton. In der sogenannten Ketogenese werden in den Mitochondrien der Hepatozyten Ketonkörper aus Acetyl-CoA gebildet. Das Acetyl-CoA stammt dabei vor allem aus dem Abbau von Fettsäuren. Die Leber selber verstoffwechselt keine Ketonkörper. Sie produziert diese vor allem für Gehirn- und Muskelzellen. In der sogenannten Ketolyse werden die Ketonkörper in Acetyl-CoA zurückverwandelt. Dieses wird in den Citratzyklus eingeschleust und so zur ATP-Synthese genutzt. Für den Ketonkörperaceton gibt es keine Verwendung im Körper. Es wird mit der Atemluft eliminiert. Konntest du dir alles Wichtige über die Ketonkörper merken? Mit dem Quiz auf der nächsten Folie kannst du dein Wissen testen.